Herzlich Willkommen zur dritten Etappe des Lechwegs. Diese Etappe startet in Lechleiten und endet in Holzkau. Da wir uns zeitlich ein bisschen verplant haben und wir mit dem Bus noch zurück zum Campingplatz mussten, sind wir leider nicht ganz bis nach Holzkau gekommen. Dennoch war diese Etappe sehr schön. Musik Guck mal hier ist ein Klettersteig. Auch hier gelten wieder die Regeln, wie man sich beim Durchqueren einer Kuhweide zu verhalten hat. Wer diese Regeln noch nicht kennt, kann sich gerne das Video zur ersten Etappe ansehen oder einen Blick in die Videobeschreibung werfen. Es sind keine Kälber dabei, schon mal halb so wild. Erste Kuhherde haben wir überlebt. Diese Hummel wurde anscheinend von einem Regenschauer überrascht. Wie man sieht ist ihr Pelz ziemlich nass. Sie wärmt und trocknet sich jetzt in der Sonne und fliegt dann weiter. Erste Kuhherde Erste Kuh Da Erste Kuh Ahihui Das WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao.